Okay, dann haben wir jetzt hier so ein paar Notizen gefunden, ja noch einen Kistenstapel, ja den kennen wir bereits. Hier, Marbux Notizen. Mal eben schauen, ob wir die da finden. Hier ist ja auch noch, ne? Hier, wo du Puppe? Das ist das letzte Mal gar nicht aufgefallen, hier liegt ja noch ein Boot. Okay, das Geist, wir könnten mit dem auch dahin rudern. Ich denke mal, dass wir uns dann auch mal auf den Weg machen werden, auch mal auf eine neue Insel. Scharfauge. Ich denke mal, dass wir mal nach Kalador reisen, um dort mal die Dämonenjäger mal anzuschauen. Wir hatten ja schon den Edward getroffen. Dann haben wir ja dabei. Und hier das letzte Mal hier den, da im Wald, da mit dem Knochenschleifer, da den Kämpfer. So, dann machen wir mal hier mal rum. Da ist nichts mehr. Hier sind ja noch diese Scavenger, die haben wir noch gar nicht erledigt. Oder nichts mehr. Zieh! Dad! Dad! Alles klar. Ich so noch ein Warzenschwein sah. Zwei Stück, drei Stück. Na, was? Kommst du klar? Ja. So, hier ist noch eine Trohe. Zwei mal zehn, einmal Luchsfell. Gut, dann haben wir hier die Nische auch erledigt. Hier geht's ja auch noch nach oben, ne? Da ist noch so ein Drachen-Snapper. Zwei Stück. Alles klar. So, hier haben wir ein Jagdhorn. Eine Streit-Axt. Ein Klingenblatt. Und was ist denn das für eine Streit-Axt? Die macht schadend 25 bis 70 Hiebwaffen. Die ist gar nicht mal so schlecht, ne? Könnte man noch zu einer Streit-Hacke aufwerten. Die Waffen plus zehn, gar nicht mal schlecht, ne? Ach, ich bleib mal bei unserem Schattenspiel. Mal aufpassen, dass sie nicht runterfallen. So. Da geht's aber nicht weiter nach oben. Hier ist noch ein Schafauge. Ne. Doch. Mhm. Okay. Aber hier ist nichts mehr. Nee, aber hier ist nichts mehr. Oh Gott. Warum könnte ich jetzt mit einem Papagei probieren, hier nochmal zu fliegen, aber da hinten vielleicht. Ich meine, ich probiere es einfach mal. Kann sein, dass es jetzt nichts bringt, aber... Jetzt habe ich hier mich verklickt. So, ich wollte ja mit einem Papagei versuchen, da hinten rüber zu fliegen, aber ich denke mal, das klappt nicht, oder? Ich weiß es nicht. Da oben ist ja auch noch so eine Spitze da hinten, ne? Ja. Hey Horst, der hat sich da hinten irgendwie festgefahren. So, jetzt die fünf. So, da hinten. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Nee, da kommen wir nicht hoch, ne? Mhm. 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 Ich wäre gern da oben hin, aber... Das schaffen wir nicht. Hier waren wir ja auch noch gar nicht, ne? Ich werde mich mal immer hier mal... So. Na. Ich bin völlig überrascht, ne, dass hier jemand auftaucht. три, ich habe das wieder raus. Da pohht doch ganz schön da rein, ne? So, der ist da irgendwie so ein bisschen lethargisch unterwegs da hinten, der hat dass gar nicht richtig gecheckt hier oder was. Nee, ist noch nicht so richtig auf Sendung, ne? Jetzt schon. Na, komm schon. So, rund 200. Die lohnen sich, ne? Da ist auch noch so ein Scavenger. Wo sind wir denn jetzt überhaupt gelandet? Ach, jetzt sind wir hier oben auf dem Berg. Hier ist noch irgendwie die, ach, sogar. Ach, die sind jetzt hier in der Höhle. Aber wir sind jetzt hier oben auf dem Eingang hier gelandet. Ja, das ist ja interessant, ne? Ach, da ist der Strand, ne? Jetzt ja, nicht mehr ich wieder zu meinem Aufpassen. Da ist jetzt auch der Horas. Ach so, jetzt sind wir wieder hier bei dem... Ach nee, alles klar. Jetzt weiß ich wieder. Wir sind doch gar nicht so weit weg gewesen hier von dem Horas. Gut, dann nehmen wir den nochmal eben mit hier, den Scavenger. Na. Okay. Schlangenwurz. Na, der ist da irgendwie runtergesegelt, ne? Hier ist er. Na, komm her. Da. Gut, okay. Hier ist noch ein Eisenerz. Und hier ist noch eine Spitzwacke. Ah ja. Ah. Oh. Okay, dann haben wir das jetzt hier auch erledigt.